Herzlich Willkommen zu Final Fantasy XII. Ja, ich weiß, wir sind im letzten Part bei der Grabstätte von Race Worlds angekommen. Ich bin jetzt aber nochmal zurückgegangen, denn hier oben, in diesem Abschnitt, gibt es noch einen interessanteren Nebenauftrag. Und die Belohnung dafür wird uns sehr nützlich sein im weiteren Spielverlauf. Deswegen lasst uns loslegen und gehen wir einfach mal hin. Ihr seht, ich steuere auch gerade wieder Basch, weil ich der Meinung bin, wir brauchen ein bisschen Training, genauso wie Asch. Auf jeden Fall unsere Schwarzmagierin, ne? Ist unentbehrlich, so. Dann lasst uns mal hier durchgehen. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, wo genau sich dieser Auftraggeber befindet. Auf jeden Fall sollten wir uns da ein bisschen vorbereiten. Was das sein wird, das werde ich gleich noch erwähnen. So. Aber wie gewohnt, die normalen Kämpfe hier, die man halt auf dem Weg zu irgendwas hin macht, ne? Und natürlich auch wieder auf dem Weg ein paar Schätze einsacken, denn wir sind ein kleiner Grabräuber und Schatzräuber und deswegen gehört das alles in unsere Tasche hinein. Da habe ich auch schon eine 21er Serie, wie ihr seht. Und ich erhoffe mir dadurch einfach mal ein bisschen mehr Sachen hier, ne? Ich muss auch gleich dazu sagen, ich finde die Namjensa Sanse jetzt auch um einiges, ja, interessanter und entspannter, sag ich mal. Also wenn man diese rostigen Ruinen da anschaut, in der Ogier Jensa Sanse, dann ist das nicht alles so einladend. Und das war gerade eine Detonationsfalle? Wo? Hm. Aber wenn man hier sich das so ganz anschaut, dann, ja, könnte man hier glatt Urlaub machen. Deswegen mache ich auch hier gerne ein paar Kämpfe hier, anstatt in der Ogier Jensa Sanse. Gut. Nun sind wir ja aber auch nicht hergekommen, um hier nur zu kämpfen und deswegen werde ich gleich mal ein bisschen durchrushen. Und, ja, wir sind ja schon in der Grabstätte. Ja, es tut mir leid hier. Wir hätten ja schon reingehen können, aber ich muss halt ein paar Crests machen. Dann war noch eine Allraune, aber die wollen wir jetzt nicht. So. Das Problem ist, wenn man flüchtet, kann man auch nicht die Karte aufrufen. Was mich so auch so ein bisschen stört. Naja. Aber warte mal, ist das überhaupt jetzt der richtige Weg? Ja, komm, das muss der richtige Weg sein. Da. Ihr seht ja, ich habe einen Speicherristall und hier haben wir einen... Hey, Typ, wo willst du hin? Mann, gerade wo willst du hier ankommen? Das ist ja eine Gastfreundschaft. Ach so, du bist ja ein Feind eigentlich. Eigentlich bist du ja ein Feind, aber... Naja. Wieso standst du bei der Mockri? Sagt ihr den Urutan-Jensa soeben, Kuppo? Die Urutan-Jensa sind eine bösartige Rasse. Doch ihn verlangte es nach Hilfe, Kuppo. Interessiert euch seine Geschichte, Kuppo? Ja, aber hallo. Also, in der Namiensa-Sandsee scheint ein Monster, die Urutan-Jensa, in Aufruhr zu versetzen. Es ist der Todfeind der Urutan, Kuppo. Dass die grausamen Urutan-Jensa um Hilfe bitten, heißt, dass es Kuppo schlimm sein muss. Ihr seht stark aus. Könnt ihr das Monster nicht der Urutan statt unschädlich machen, Kuppo? Soll übrigens eine riesige Schildkröte sein. Ah, eine riesige Schildkröte. Sieht man ja nicht alle Tage. Als Belohnung versprach ich der Urutan-Jensa ein Kuppo-geheimes Kleino seines Volkes. Aha. Wer die riesige Schildkröte, die in der Namiensa-Sandsee wütet, unschädlich macht, soll als Belohnung einen Kleino der Urutan erhalten. Kuppo. Gut. Ja, okay. Erzählst jetzt wieder dasselbe. Na, dann wollen wir uns mal aufmachen. Wo allerdings die Schildkröte jetzt sein soll, das kann ich nur vermuten. Ja, und deswegen gucken wir einfach mal hier lang. Ne, hier sieht's wieder so aus, als ob ich wieder zurück zur Urutan-Jensa gehe. Ja, ist jetzt die Frage, wo die riesige Schildkröte sich verbirgt, ne? Wir können ja natürlich versuchen, diesen Urutan-Jensa hinterher zu yachten. Das werde ich auch gleich dann mal machen. Okay, irgendwo muss hier eine riesige Schildkröte sein. Vielleicht ist es auch ganz praktisch, wenn ich die Karte aufrufe. Ne, aber da sehe ich auch nichts. Na gut. Dann lasst uns mal die restlichen Abschnitte noch erforschen. Die wir da so noch nicht entdeckt haben. Vielleicht verbirgt sich die riesige Schildkröte dort irgendwo. Gut. Okay. Okay, Basch, dann zeig mal, was in dir steckt in deiner Wüste. Okay. Bestimmt jede Menge Sand in den Schuhen, aber... So, als Charakter hatte ich eigentlich Basch auch ziemlich stärker noch in Erinnerung, als ich ihn auf der Playstation 2 gespielt hatte. Deswegen habe ich ihn ja jetzt reingenommen, ne? Ja, die führen auch wieder ordentlich Ramm aus. Egal. Okay, Ladies, dann folgt mir mal. Ach so, ja. Und Forstler natürlich. Also drei Ladies insgesamt. Dann müssen wir mal gucken, wo sich hier die riesige Schildkröte verbirgt. Ja, und ich höre mich wahrscheinlich gerade wieder sehr, sehr komisch an. Hey, warte mal, da ist es doch... Es sah gerade so aus, ob da irgendwie so eine kleine Arena ist. Könnte ein guter Ort sein, um irgendwelche... Hey. Ah, da ist es. Okay. Dann hoffe ich mal, dass die... Halt, halt, halt. Seht ihr das? Die Urutanen kämpfen jetzt gegen die Schildkröte. Deswegen ist es natürlich nicht gut, wenn wir die Urutanen selbst angreifen. Ja, und deswegen möchte ich erstmal meinen Gambit umschalten. Dass nicht hier meine Teammitglieder die Urutanen automatisch angreifen, sondern nur... ...halt, den man selbst auswählt, ne? Gut, Asch nehmen wir mit rein. Einen gefährten fliegender Gegner. Da die... Ja, fliegen die? Ach, ich will jetzt ehrlich gesagt auch... Ich kann es natürlich auch ausstellen. Ja gut, dann muss ich mir einfach mal merken, dass das hier Gegner im Blickfeld war. Wenn nicht, spule ich da nochmal zurück. Dann mache ich eh nie, aber okay. Gut, naja, das sollte erstmal genügen. Und jetzt hoffe ich einfach mal, ich habe auch genügend Leistung, um diese riesige Schildkröte zu vernichten. Der Urutanen-Fresser. Sieht schon mächtig gewaltig aus, muss man sagen, ne? Dann schauen wir uns das Vieh mal von vorne an. Weil es sieht schon lustig aus. Halt wie eine Schildkröte, aber irgendwie auch, ja. Ähm, ja, auch groß. Das wollte ich auch noch erwähnen. Aber es sieht schon, ja, richtig cool aus irgendwie. Ich würde mich das jetzt als Figur irgendwie... Weiß nicht, auf die Terrasse stellen irgendwie. Dieser... Permut glänzende Panzer, der passt ganz gut. Ja gut, die Ketten, naja. Sind nicht ohne Grund bestimmt dran, aber... Ich denke mal, das Vieh lässt sich auch nicht von solchen Ketten aufhalten. Oder ist das vielleicht der neuste Trend unter Urutanen-Fresser? Kann natürlich auch sein. Aber ihr seht schon, es ist relativ schwach noch. Wenn ich da so an die Grabstätte dran denke, was uns da noch erwartet... Äh, ich denke mal, da kommen noch mehrere besser. Aber so viel möchte ich da jetzt auch nicht verraten. Für alle, die das noch nicht kennen jetzt hier. Und sich das hier spannend anschauen. Aber das kann ich euch schon mal sagen, die Grabstätte von Wraith-Walls, die wird reinhauen. Also... Da taucht auch ein Gegner auf, den haben wir so noch gar nicht gesehen oder so. Oder? Na, keine Ahnung. Jedenfalls... Du brauchst das erstmal mit dem Vieh hier. So, okay. Dann... Urutanen-Fresser wurde besiegt. Geht's auch wieder zurück zu unserem Auftraggeber. Ja, ein bisschen komisch, warum sich der Mokri jetzt... So für den Urutanen-Leuten hier einsetzt. Und auch ein bisschen komisch, warum wir dann diesen Auftrag annehmen. Na, ich mach das halt nur der Vollständigkeitshilfe. Seht ihr? Jetzt werden wir auch schon wieder angegriffen von den Urutanen. Als Dankbarkeit, dass wir sie gerettet haben. So läuft das hier ab in der Wüste. Knallhart geht's zur Sache. Wo jeder jeden ausspielt. Ich könnte wetten, das machen sie auch untereinander. Mensch. Aber ne, die Urutanen würden sowas niemals tun. Hey, Barsch. Jetzt nicht hier einschlafen. Der Wüste. Du. Ich weiß, das ist ein bisschen... Mein Geschwafel... Bringt auch dich zum Schlafen, aber... Und die Wüste ist auch relativ warm. Und man kann ein schönes Nickerchen in der Mittagssonne machen. Aber, naja. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Schließlich hast du einen Auftrag. Und ich hab dich hier zum Teammitglied... Äh, Teamführer gewählt. Also. Gut, kann's auch ein bisschen schneller gehen. Danke. Okay. So, mein Freund. Dann gib uns mal die Beleunung, würde ich sagen. Wie siehst du eigentlich aus? Also die Mogris in dem zwölften Teil sehen schon ein bisschen per ängstigen Augen aus, ja? Mit ihren dunklen Augen. Aber irgendwie auch niedlich. Ihr habt die wilde Bessie erledigt? Kupo. Formidable Kupo. Der Urutan von vorhin ist übrigens in die Ogierjensa Sandsee geflitzt. Sicher will er dort eure Belohnung auftreiben. Dieses Kleinod, von dem er sprach, Kupo? Keine Sorge. Die Urutanen sind rau. Doch rechten schaffen. Ah, ja. Gut. Ja, ja. Ja, jetzt ist der Typ in der Ogierjensa Sandsee, aber... Ja. Muss ich den jetzt auch wieder drei Stunden suchen? Hey, und... Hallo? Ah, jetzt beginnt natürlich wieder der Sandsturm. Das ist ja voll einladend. Da hab ich jetzt voll Bock drauf, irgendwelche Leute zu suchen. Und... Eine Prise Kain-Pulver erhalten. Von Legacy of Kain. Da ist sozusagen... Kains Asche drin. In Erronie des Schicksals. Hey. Hey Typ, hallo. Hier sind wir. Hallo. Bist du die... Belohnung suchen gegangen, Kupo? Und? Warst du erfolgreich? Äh, kann der Typ auch mal stehen bleiben, wenn man sich mit denen unterhält? Kupo, wo rennst du denn hin? Kupo, willst du etwa zurück zu deinen Freunden? So ein richtig kleiner... Naja, aber ich würde es jetzt nicht in den Mund nehmen, was ich da dran denke, ne? Da geht man auch nicht so mit den... Ach, vergess es. Gut, naja. Erinnert... Der kleine Mokri erinnert mich irgendwie an... Ja, kennt ihr... Inuyasha? Der... Der Bruder von Inuyasha. Also der... Bösere. Der hat auch so einen kleinen... Typen, der einen ständig hinterherläuft. Und den, ja... Den Dreck hinterherfegt und so. Und? Was ist jetzt hier los? Hallo? Versammlung. Cool. Party! Yeah! Uäh, was ist denn das für ein Vieh? Sind wir jetzt hier bei Star Wars? Das sieht man selten. Bäh. Ob das so praktisch ist in der Wüste oder auf so welchen Spitzen... Naja. Kupo? Kupo, Kupo? Kupo, da geht was nicht mit rechten Dingen zu, Kupo. Kupo, nein! Das darf nicht geschehen. Der arme Urutan Jensa soll hingerichtet werden, Kupo. Warum eine Hinrichtung, Kupo? Diesen Urutan habt ihr es doch zu verdanken, dass ihr das ungeheuerlos seid, Kupo. Die Hilfe von Fremden brauchen wir nicht. Wir Urutan Jensa herrschen über die Sandsee. Schande brachte dieses über uns. Und du, Verräter, deine Worte interessieren mich nicht. Werde wieder zu Sand. Jetzt! Nein! Wo ist der? Kupo! Mach das, er wieder zurückkehrt! Kupo! Jeder, der unseren Stolz verletzt, auch wenn es einer der unseren ist, muss seine gerechte Strafe erfahren. Auch dir bereitete ich nur so gerne ein Ende, aber heute will ich dich ausnahmsweise gewähren lassen, doch will ich dich hier nie wiedersehen. Verschwinde aus unserem Territorium! Verschwinde aus unserem Territorium! Und zwar schnell! Tja. Ihr seht, jetzt ist das irgendwie eine dramatische Geschichte geworden. Hoffentlich erst mal unsere Belohnung oder so? Na gut, ich könnte auch ein bisschen mitfühlender sein. Schon ein bisschen traurig jetzt, dass wir jetzt unseren Auftrag umsonst gemacht haben. Aber nur zur Hälfte, oder? Sicher, sicher wäre er nicht glücklich geworden unter denen sein, Kupo. Seht ihr? Dort wächst eine Blume, Kupo. Genau an der Stelle, wo der arme Urutan verstarb. Eine Reinkarnation? In dieser Wüste wächst kaum etwas, Kupo. Das Kleinhut, nachdem er Urutan gesucht hatte. Vielleicht war es diese Blume, Kupo. Ah, armer kleiner Kupo. Dein Kumpel ist jetzt leider diese Blume geworden. Blume des Urutan-Einzelgängers. Ein Blütenblatt steht hervor. Pflücken? Na klar. Eine X-Zero-Blüte erhalten. Gut. Ihr seht also, nicht alle Urutan sind böse. Leider sind die meisten böse, mit denen wir uns anlegen in der Wüste. Tja. In der Gegend der Sandsee wachsen fast gar keine Blumen, Kupo. Sicher ist der gerichtete Urutan auf diese Weise wiedergeboren worden, Kupo. Übrigens, da fällt mir ein, ein Monstervogel namens Garuda soll äußerst allergisch auf den Duft der Blüten dieser Blume reagieren, Kupo. Ah, da seht ihr den Hinweis, den wir jetzt bekommen haben. Ein Garuda. Und ja, ich werde erstmal kurz speichern und dann sehen wir uns gleich wieder vor der Grabstätte von Wraith Walls. Okay, da bin ich wieder kurz vor der Grabstätte. Hier ist übrigens ein Ort, wo man die letzten Vorbereitungen abschließen kann. Und auch sollte. Ich habe das schon ein bisschen gemacht. Ich möchte aber auch vorher zeigen hier, ihr seht ihr, dass Fran jetzt stumm ist. Ihr Gambit ist natürlich darauf eingestellt, dass sie Leute, die stumm sind, heilt. Das geht natürlich nicht, wenn sie selber stumm ist, weil dann kann sie den Zauber nicht wirken. Das bringt dann also auch nichts, wenn ihr hier, wie ich das schon gemacht habe, Fran einstellt. Ihr müsst das dann ganz einfach, ja, halt mit einem Item machen. Und ich werde das einfach mal machen, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt hier nochmal speichern kann. Das heißt, wenn ich da gleich sterben werde, dann kann ich den ganzen Weg nochmal, ja, zurück machen. Gut, dann heilen wir kurz Fran. Ist natürlich ganz gut, dass sie jetzt hier auch noch ein bisschen heilt, ne. Und dann möchte ich euch noch zeigen, ich habe Enten ein paar Lizenzen gemacht. Äh, da rüste ich erstmal hier Penelo mit einer Toleran. Waffe aus. Dir Sirius, genau. Steigt ein wenig ihrer Flexe und ihrer Attacke. Ja, und ihr braucht halt immer erst die... Warte mal, nehmen wir das? Ja. Immer erst die Lizenz, bevor ihr das dann in einem Geschäft sehen könnt, dass ihr das den jeweiligen Charaktere ausrüsten könnt. Das sollte man auch nicht vergessen. So, warte mal. Basch, der hat ja auch noch irgendwas. Ja, den habe ich in... Ja, ich habe irgendwas mit... Seht ihr, ich komme schon wieder durcheinander. Äh, ich gucke nochmal ins Geschäft. Es kann auch sein, dass ich die Waffen noch nicht gekauft habe. Ja, bla bla bla. Komm, wir wollen hin machen jetzt. Ja, hier, Lohngrin. Das werde ich nochmal für Basch kaufen. So. Und man könnte natürlich jetzt auch noch hier verschiedene... Hier, das hier haben wir zum Beispiel ein Inventar. Da gucke ich auch nochmal kurz. Dass wir Penelo ein bisschen ausrüsten können. Muss ich halt wirklich drauf achten, dass ich die jetzt ein bisschen stärker mache als sonst. Dann erwartet ein kleiner Bosskampf, ne? Wo haben wir es jetzt? Ne, hier nicht. Da. Sinkt natürlich ein bisschen die Magie, aber das ist erstmal in dem Fall egal. Sekundär, ne. Aber ich will jetzt erstmal wirklich sehen, was ich rausholen kann. Gut, und wir haben natürlich vorher den kleinen Nebenauftrag gemacht. Und ihr werdet gleich feststellen, für was ich das gemacht habe. Okay, hier ist also die Grabstätte. Erstmal von der Optik her sehr beeindruckend, wenn man hier zum ersten Mal hinkommt. Und man hat halt keine Ahnung, was einen hier erwartet. Es lässt sich vermuten, wenn man so eine riesige Grabstätte sieht, ja. Ein etwas größerer Vogel. Hm. Ist jetzt auch nicht so sonderlich freundlich. Denn es ist ein Bosskampf, ja. Und wir haben ja diese Blüte eingesammelt. Und die werden wir jetzt einsetzen. Denn das ist der Garuda, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben. Im Nebenquest. So. Da setzen wir die Blüte gegen den Garuda ein. Das ist sozusagen die geheime Sache hier, die man hier machen kann. Gut. Jetzt müssen wir erst mal sehen, wie wir den schlagen können. Am besten. Weil Fluggegner haben immer diesen Vorteil, dass man halt sie schlecht am Boden trifft. Mit irgendwelchen. Ne. Physischen Attacken. Aber wie es aussieht, ja. Haben wir den eigentlich relativ gut im Griff. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Da brauche ich gar nicht meine Müstex anwenden. So. Aber zeig mal ein bisschen was von dir. Wir sehen dich gar nicht. Hallo. Mach den Mund zu, du. Okay. Das war der Garuda. Ja. Da habe ich jetzt, den habe ich jetzt ehrlich gesagt stärker in Erinnerung gehabt. Aber das war auch nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns jetzt noch bevorsteht. Denn wir sind ja nicht mal in der Grabstätte drinnen. Gut. Lasst uns also weitergehen. Der alte Mechanismus wurde aktiviert. Und das nur weil dieser Garuda-Vogel den Kampf verloren hat. Ja. 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 Haka-Mori-Kai-Buts-Yara-Ak-Sumina-Wana-Yara-Son-Na-Tokoro-Ka-Sono-Saki-Nemutte-Iru-No-Des-Akatsuki-No-Dapen-Mo-Ha-O-No-Zai-Ho-Mo-Hanasi-Ga-Uma-Sugir-To-O-Mot-Do-O-Mot-Do-O-Hanasi-Ga-Uma-Sugir-To-O-Mot-Do-O-Mot-Do-O-Hanasi-Ga-Uma-Sugir-To-O-Mot-Do-O-Mot-Do-O-Hanasi-Ga-Uma-Sugir-To-O-Mot-Do-O-O-Mot-Do-O-O-Mot-Do-O- auch hier, um halt den Beweis von Prinzessin Asch zu finden. Dass sie halt eine würdige Nachfolgerin ist und den Thron antreten kann, um ihr Volk zu führen. So, jetzt spreche ich erst mal kurz.